Mein Name ist Manuel Troller und ich bin Gitarrist. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit der Entwicklung von Konzepten der Reduktion und der Wahrnehmung von Zeit. In meiner Musik rücke ich den vermeintlichen Hintergrund in den Vordergrund und versuche jegliche Hierarchie musikalischer Elemente aufzulösen. Einerseits arbeite ich sehr gerne zurückgezogen und allein und andererseits liegt mir viel an den Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Mit vielen spiele ich seit über zehn Jahren zusammen und diese Verbindungen sind sehr wichtig für mich. Meine Musik sehe ich gleichermassen als minimal wie maximal. Die Musik sehe ich sehr gerne. Die Musik sehe ich sehr gerne. Die Musik sehe ich sehr gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017